Das ist Thomas Müller. Alles an ihm ist mittelmäßig. Er ist durchschnittlich 1,78 Meter groß, 82,4 Kilo schwer. Acht Stunden pro Tag arbeitet er in einem mittelständischen Unternehmen. Abends schaut er vier Stunden fern und er redet 15 Minuten pro Tag mit seiner Frau. Sein Sexleben ist mittelmäßig. Und auch seine Träume sind eher konventionell. Aufstehen. Hast du wenigstens von mir geträumt? Natürlich, Bienchen. Thomas Müller ist so absolut mittelmäßig, dass es ihn schon wieder interessant macht. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und Industriedienstleistung hört sich ganz spannend an. Komm, ich zeig dir dein Büro. Schön, aber irgendwie so leer. Noch einrichten darfst du das ganz nach deiner eigenen Vorstellung. Denn das, was Thomas Müller gefällt... Ich verstehe einfach nicht, warum es in Deutschland keine Kronkorken mit Schraubverschluss gibt. Warum nimmst du die? ...wird bald allen gefallen. Schau mal, das Drehbier. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Genau das habe ich gesagt. Politik beschlüsselt das auch noch, ja? Was machen wir bei Industrie ist eigentlich? Ich meine jetzt außer shoppen und saufen. Die machen lebendige Meinungsforschung. Mit mir, als ihrem Durchschnittsidioten. Das kann alles nicht wahr sein. Was willst du tun? Soll ich einfach weiter mitspielen? Den Salat, bitte. Vegan? Vital? Veränderung? Alexander, wie oft habe ich dir gesagt, dass du die Klobrille wieder runter tun sollst? Das war ich. Ist ja noch ganz normal. Aber sicher. Normal ist doch gut. Veränderung?